Hey liebe Leute, es ist Benni ZähnTV, ich bin total überbelichtet, gerade sehe ich aber es ist überhaupt kein Problem. Willkommen in meinem neuen Video, ich mache es super kurz. Das ist ein ganz ganz kleines Dankeschön für über 12.000 Abonnenten. 12.200 meine ich jetzt bald schon. Ein ganz fettes Dankeschön an Kokosnussmensch, der mir mein Kanaldesign gestrickt hat. Wer das mal ausgecheckt auf meinem Kanal, das gut findet, kann ihn ja bestimmt mal anschreiben. Ich gehe mal davon aus, der Herr Kokosnuss hat da keine Probleme mit, wenn man da mal nachfragt, ob er vielleicht auch ein wenig für jemand anderes ummacht. Als kleines Dankeschön von meiner Seite, ich habe diesen Song einfach nur im Kopf gehabt, weil er im Radio lief, glaube ich, im Auto eben. Ich mache es wirklich, ich will jetzt gar nicht weiter reden. Ich bin total auch außer Atem von gerade, weil ich gerade diesen Song in Windeseile hier hingebastelt habe, irgendwie mir die Sachen bei YouTube rausgefischt. Auch ein ganz fettes Dankeschön an Andi, Cookie Beat. Ohne den wäre das Ganze garantiert nie so weit gekommen, wie es jetzt ist. Dafür Bro, check die Flosse. Wir machen garantiert demnächst wieder ein paar Videos zusammen, ich freue mich schon wieder richtig drauf. Auch an dich ganz fettes Dankeschön und ja, hier ein kleiner Blablabla-Song, schnell für euch zusammengewürfelt. Irgendwann fahre ich mal in mein Studio und mache da mal richtig was oder keine Ahnung. Aber ja, blablabla. Dankeschön für 12.000 Abonnenten, für all den Support und die Mithilfe und die Mitarbeit. Checkt das aus, Leute. Hier ist der Song für euch. 12.000 Abonnenten, Special Song. 2.000 Abonnenten, Special Song. 3.000 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 Abonnenten, Special Song. 4.000 Abonnenten, Special Song. 4.000 Abonnenten, Special Song. 5.000 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 Abonnenten, Special Song. Untertitelung des ZDF, 2020